Glückliche Neuigkeiten im Hause Pratt Schwarzenegger! Chris Pratt und seine Ehefrau Catherine erwarten ihren dritten Nachwuchs. Der Filmstar und die älteste Tochter von Arnold Schwarzenegger dürfen bereits zwei Kinder auf der Welt willkommen heißen. Im August 2020 erblickt Tochter Lila Maria das Licht der Welt. Zwei Jahre später erfolgt die Geburt der kleinen Eloise Christina. Für den Passenger-Star ist der erwartete Spross bereits das vierte Kind. Im Jahr 2012 wird er Vater von Sonoman Jack, der aus der früheren Ehe mit Anna Faris hervorgeht. In welchem Monat die schwangere Autorin ist und ob das Paar eine weitere Tochter oder einen Sohn erwartet, ist bisher unklar. Doch früher oder später werden Chris und Catherine ihren Fans mit Sicherheit mehr verraten.